Vorsorge Alte Männer stinken nach roter Ampel, nach Scheckfälschung, nach Peitsche. Ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Enkel, ihre Nachbarn riechen daran. Da ist es schwer, Freundschaft zu halten. Alte Männer sprechen wie Polizeibeamte. Die Haare kommen aus Nase und Ohr. Was sie eigentlich sagen wollen ist, ich muss bald sterben. Alte Männer leben immer länger, ohne zu merken, dass man dann auch duschen muss. Ansonsten immer länger, ohne zu mehr Werbeamte. Sollte Männer kommen aus Nase und Ohr. Die Haare kommen aus Nase und Ohr.